Die besten Produkte für unsere Kunden produzieren wir hier auf Hof Burmeister im Herzen von Schleswig-Holstein mit unseren Mitarbeitern und unserer Familie. Dazu gehören Kartoffeln, Eier, Getreide, Mais, Energieproduktion und vieles mehr. Seit 1983 steht die Kartoffel bei uns im Mittelpunkt des Betriebes. Spezialisiert auf die Qualitätsspeisekartoffeln stecken wir sehr viel Leidenschaft und sehr viel Liebe in die Kartoffeln, weil wir möchten, dass sich am Ende sehr viele über unsere Kartoffeln freuen. Das heißt, dass wir die Kartoffeln möglichst schonend und samt behandeln. Zuerst werden sie geerntet, dann werden sie sortiert nach Größen, anschließend werden sie gewaschen, dann kommen sie ins Lager. Das sollte dann nicht zu warm und nicht zu kalt sein, so wie es die Kartoffeln gerne machen. Natürlich wächst die Kartoffel nicht alleine bei uns auf dem Betrieb, sondern wir haben eine weite Fruchtfolge. Wir arbeiten mit Zwischenfrüchten vor den Kartoffeln, um die Regenwurmpopulation und den Humus aufzubauen, so, dass die Kartoffel auch in Zukunft bei unseren Söhnen und Enkeln noch prachtvoll heranwächst und die Kartoffel einen Boden vorfindet, wie sie ihn gerne mag. Außerdem leben wir zusammen mit unseren Hühnern auf dem Hof und es macht einfach Spaß, jeden Morgen in den Stall zu gehen und die Hühner glücklich zu machen. Und ich finde, das ist wirklich schön anzusehen. Das schmeckt man auch nach HMI. Das schmeckt man. Und das ist das Wichtigste. Wir wollen einfach wirklich mit unseren Lebensmitteln den Menschen eine Freude machen. Und das ist eine riesengroße Verantwortung und gleichzeitig der Kern unserer Motivation. Ziel ist es für unsere Kunden im Supermarkt wie im eigenen Hofladen, das ganze Jahr über Kartoffeln und Eier der Spitzenqualität anbieten zu können. Und damit das auch so bleibt, stehen mein Bruder und ich in fünfter Generation schon in den Startlöchern bereit. Und wir haben uns wieder was Neues überlegt. Mit dem Kürbisanbau wollen wir unseren Hof weiter nach vorne bringen. Entwicklungen sind sehr wichtig bei uns auf dem Betrieb. Wir sind ein Familienbetrieb mit unseren Mitarbeitern, die sich komplett mit einbringen können. Denn nur durch das ständige Arbeiten mit der Kartoffel kann man auch was verbessern. Wir genießen diese Zusammenarbeit, dass wir uns auch auf diese Mitarbeiter so verlassen können. Und zusammen ist das ein unheimlich tolles Team. Wir sind sehr stolz darauf als Familie, dass wir mit diesem Team zusammen arbeiten dürfen. Und mit so einem Team kann man einen Betrieb weiterbringen, da kann man nur von träumen. Am Ende, sagen wir immer, muss es ein ausgewogenes Geben und Leben sein. Zwischen den Mitarbeitern und der Familie, zwischen dem Produkt und dem Kunden, zwischen der Landwirtschaft, den Tieren und der Natur. Und wenn das alles ausgewogen ist und alle zufrieden, mehr können wir doch gar nicht erreichen.